Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen auf Black Bros Gaming. Ich hab den Automaten schon gefunden, aber das hab ich leider nicht aufgenommen, da hab ich mit Freunden gespielt. Bei Greasy Grove, Freunde. Ich werde da nochmal hingehen und gucken, ob der Automat wieder da ist oder den Standort gewechselt hat. Ich weiß es nämlich nicht, ob der den Standort wechselt oder immer an einem Standort ist. Und ich nehm das jetzt alles für euch auf. Das ist heute das Ziel. Mehr will ich gar nicht erreichen. Ich will nur diesen Automaten finden. Das war's, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Gameplay. Let's go! So ab und runter mit mir. Doch, ich hab den mal Greasy gefunden, Digga. Ich glaub, der wechselt aber immer den Standort. Ich weiß auch nicht, wie viele Automaten es im Spiel grad gibt. Also pro Spiel. Aber einen hab ich gefunden. Der Automat war genau hier. Oh, fuck. Ich seh jetzt schon, dass er nicht da ist. Oder? Doch! Doch, hier ist er, hier ist er! Der ist da! Ich schwör auf alles, der ist hier. Leute, guckt! Raketenwerfer-Kriegmann für 300 Metall. Oh Mann! Da ist der Automat! So, ich lande jetzt immer am hier hin. Digga, ich will den Automaten ausnutzen. Ich hab ihn gefunden, Digga. Ey, ich brauch ne Waffe aber. Hallo, Waffe! Digga, meine Gegner haben schon Waffe. Ey, Junge, mein Glück schon wieder, Alter. Ich hab keinen Bock auf mein Leben, Digga. Oh, schlimm, Alter. Digga, komm doch her, wie ein Mann! Digga, komm doch her, wie ein Mann! Wo ist der? Der Bastard. So, wir gehen jetzt mal kurz in den Burger-Laden rein. Ja, der ist auch tot. Der Bastard. Hey, ist hier überhaupt noch ein Gegner? So, das ist auf jeden Fall ein Gegner. So, tot. Ganz einfach. Digga, da bringt deine Granate auch nichts, Digga. Junge, die ficken die ganze Zeit meinen Kopf, Alter. Für nichts. Digga, ich brauch Metall. Metall, wo bist du, Digga? So, warte, ich brauch erst mal das Auto hier ab. Digga, ich will diesen Raketenwerfer. Boah, was war hier los, Digga? Die sind ja richtig ausgerastet. 300 Metall brauch ich, boah. Was geht dann hier? Wo ist der? Digga, die Leute schießen nur noch an die ab. Digga, wo bist du? Basar! Ach, da hinten. Ach, da. Da ist der. Ah, der ist auf jeden Fall weak. Der ist sehr weak. Der ist richtig weak. Den fick ich. Den fick ich, Digga. Dich packe ich, Junge, du Bastard. Der hat's gehealt. So, ganz einfaches Ding. Boom! Und weg war der. So, jetzt nehmen wir erst mal Schickgetränk. Zack. Zack, Verbände nehmen wir auch. Digga, ich will Metall haben. Digga, ich wohne Metall. Ich brauch dieses, äh, ich brauch diesen Raketenwerfer. Unbedingt. Ich dachte, die wechseln immer die Standorte, aber ich glaub, die bleiben immer am Einen. Ich glaub, die bleiben aber immer am Einen. Ist gut. Hier ist noch einer. Digga, warum sind hier die ganzen Gegner? Die wollen alle diesen Raketenwerfer. Diesen Automaten aus testen. Besser gesagt. So, Gott, ey, mach das Ding auch weg, Digga. Ey, bitte könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, Digga. Ich will meinen Raketenwerfer. Aber, die ficken die ganze Zeit meinen Kopf. Ey, ich hab 300. So, jetzt gehen wir zum Automaten und holen uns den Raketenwerfer, Leute. Geil, Mann, geil. Digga, krass. So, wir testen jetzt den Raketen, äh, den Automaten aus. So, mit Stein. Hä, Stein? Metall kaufen. Ach so, das sind verschiedene Sachen. Mit Holz kaufen. Hä? Wo ist der Raketenwerfer? Ja, genau. Den will ich haben. Ey, nein, ich brauch Stein. Ich dachte, Metall. Oh mein Gott. Egal, ich mach das jetzt ganz kurz. So, super. Jetzt hab ich 300 Steine. So, auf jeden Fall, Leute. Der erste Automaten, den ich jetzt gefunden hab, der ist bei Greasy Grove. Ey, meine Gegner kommen gleich alle. Oh ja, genau, den wollt ich haben. Raketenwerfer, Isda, hab ich jetzt geholt. So, Freunde. Ich hab jetzt meinen ersten Gegenstand mit dem neuen Automaten gekauft. Und zwar den Raketenwerfer mit 300 Holz. Nein, Stein. Was lag ich da? Was für Holz? So, und die Zone endet auch gleich bei mir, Digga. Ich brauch eine High Position. Wäre optimal. Auf jeden Fall. Geh irgendwo oben hin, Digga. Wo ich alle dann ficken kann. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Fuck, Digga, fuck. Ey, der Baster, Digga. Boah, der hat mir einen Knockout gegeben. Fuck. Egal, Freunde. Meine Mission wurde erfüllt. Wir haben den Automaten gefunden. Ich bin glücklich darüber. Egal, scheiß drauf. Gameplay war nicht so krass. Aber der Automat ist da. Ihr wisst, Leute, alle bei Greasy Grove. Ja, Greasy Grove war das. Da ist der Automat. Geht zu Greasy Grove. Holt euch Sachen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.